hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play allen wake es wird immer schwieriger wir haben extrem munitionsmangel und wir müssen uns jetzt überall umsehen wir haben ja schon den hinweis bekommen von einer seite dass es hier vielleicht irgendwo munition gibt aber selbst das ist nicht mal sicher und hier ist das stock finster da ist doch einer was ist das denn für eine uhr die batterie scheiße wir haben doch keine munition mehr verdammt nochmal also hier müssen wir wahrscheinlich einfach mal rennen da rennt schon wieder einer wir müssen ja durch scheiße ach du scheiße wir kommen ja nicht durch das fängt ja super in dieser neuen folge an aber ganz ehrlich zwölf schuss das hilft nicht sehr viel lasst mich mal schön in ruhe das war verdammt nochmal knapp scheiße ah toll eine thermosflasche wie sehr wir sie auch brauchen Na komm Okay Woa Na komm Na komm Ach du Kacke Der Baum aus dem dieser Ring stammt begann 1846 zu wachsen Im Jahr als der Oregon Kompromiss unterzeichnet wurde Weitere wichtige Ereignisse 1853 Das Washington Territorium wurde gebildet 1878 Gründung der Braidforts Mining Co. KG und der Stadt selbst 1889 Washington trifft Staatenbund bei 1929 Ein Drittstaatenbund bei 1929 wird beim Waldbrand beschädigt 1970 Die Braidforts Mining Co. schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Coltrane Lake 1980 Ausbruch des Mount St. Helens 1987 wird durch einen Sturm gefällt Aha Super Das hilft mir aber auch nicht weiter Ich würde es sehr toll finden Wenn mir jemand Muni gibt Simple Einfache Munition Okay hier ist deine Manuskriptseite Mal sehen Was da steht Erstmal kurz Nachladen geht nicht Okay F5 Natingales Ankunft Agent Natingale wollte nicht in Bright Falls sein Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht Nun wusste er, dass hinter den Schaufenstern und dem Lächeln das Grauen lauerte Er wollte nur den Wagen wenden und fahren Bis er einschlief, die Straße aufhörte Oder er keinen Schnaps mehr hatte Aber er hatte etwas zu erledigen Er musste einen Schriftsteller fangen Um jeden Preis Was? Okay Das verstehe ich nicht ganz Ah, wir müssen jetzt diese Gondel benutzen Na toll, warum ist hier irgendein Haken dran? Irgendein Haken Ist immer dabei Wollen wir ein Survival-Hover-Spielen Ach Sieh an, da ist der Lover's Peak schon Ach Wir können hier so durch Gut Und jetzt wird bestimmt Etwas sehr blödes geschehen Gut 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 noch Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Was zum Teufel? Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lovers Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake. Machen Sie schon. Okay. Wie ist das hier? Wow. Ha! Okay. Verdammt, die haben keinen Revolver mehr Also, wir können uns auch nicht wehren Falls er wirklich der Entführer sein sollte So Okay, sind wir hier sicher? Wow Nur noch die Treppe hoch, Wake Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten Schau, bis die Bretter absinnt Ich brauche die Waffe Keine Chance, Wake Was soll das? Her mit der Waffe Schnauze, halten Sie sie mir vom Hals, verdammt Nur noch einen Moment, halten Sie sie Okay Komm schon Nur noch einen Moment, ich hab's, fast Okay, es ist aufgeräten Schnell Okay Los Okay, die wären weg Ist das unser Führer oder nicht? Machen Sie sich bereit Sie sind gleich da Okay Dem ein Führer folgen So sieht's aus, Wake Das letzte Gefecht Hier sind noch mehr Leuchtfackeln Machen Sie sich bereit Wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen Her mit der verdammten Waffe, Sie kommen So läuft das hier nicht Halten Sie sich ans Programm, Wake Sie schien Die Sie Ja, geht's auch so. Gut so. Kommt doch immer weiter. Ach du Scheiße. Kommt ja von überall. Super. Ach du Scheiße. Noch eine Runde. Äh, du Scheiße. So, ich brauche hier Hilfe. Nein. Ach du Scheiße. Okay. Machen Sie sich bereit. Wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Zack. Geh mit der verdammten Waffe. Sie kommen. So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Procamboy. Sie kommen. Zack. Ah Okay, ich speier jetzt erstmal diese Lithium-Fackeln Gut Jetzt setzen wir die Lithium-Fackeln ein Okay, noch eine Okay, noch eine Runde, oder? Der will noch Er kommt Nein, ich wollte doch nur die Thermos-Flasche holen Okay, das schaffen wir jetzt, aber trotzdem Oh So läuft das hier nicht Halten Sie sich ans Programm Wow Wow Wir sind mal auf, wie klein Oh, lass mich doch in Ruhe Komm, schieß Ja, okay Das wissen wir ja schon Kommt Zack Oh, fuck Okay, wir lassen die Thermos-Flasche jetzt hier Dankeschön Okay So Oh 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 Okay Das Okay Das ist weg! Ah! 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 Nein! Das war doch der letzte, ey! Zum Teufel nochmal! Herr mit der verdammten Waffe! Sie kommen! So läuft das hier nicht! Scheiße! Komm! Uah! Boah! Na, Freundchen, so wird das nichts hier! Na los, komm! Schieß doch, verdammt! Komm! Den richtigen Moment müssen wir! Abwarten! Are we- Los, komm! No, nicht zu dir! Das ist ein Kinderspiel, wächst! Sie sind die ganze Zeit, die Schuss! Wow! Na komm! Lad mal schneller! Okay, super! Na komm, hier! In das! Na komm schon! Ja! Ja! Oder sie wird es ganz bitter bereuen! Wenn sie sie an... Ah! 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 Verdammt! Können Sie mir das Manuskript geben oder es wird Ihnen leidtun? Nein! Kommen Sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun! Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Ah! Wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben! Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres! Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte! Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand! Böswillig und heimtückisch! Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit! Sie wurden zu etwas Anderem! Etwas Fremdem! Und nichts war mehr sicher oder unschuldig! Ich hatte nie verstanden, was sie meinte! Bis jetzt! Okay! Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao, ciao!